Peace, Freunde, was geht. Ich bin's, eure Sandy. Und ich weiß, dass ich gestern kein Video hochgeladen hab. Und das tut mir leid, Leute. Aber, vielleicht wissen es einige von euch nicht, aber ich habe euch ja in einem Video Retro Games vs. äh, so Retro Games sag ich schon, Filmora vorgestellt. Und jetzt hab ich das Problem. Ich hab das, wie, ich hab das grad gespeichert. Ich kann's nicht mehr öffnen. Also, wenn ich euch das jetzt ganz kurz zeige. Und zwar hier. Ähm, das soll das Video sein. Ja, es ist Retro Games, Nintendo vs. Handy. Ähm, übrigens, Leute, wer von euch noch kein Retro Games, äh, keine Retro Maschine hat, aber eine möchte, ich empfehle euch eine richtig geile App. Und zwar ist die, ist es für, ähm, ist sie zwar nur für, für einen, Android-Nutzer, was leider sehr schade ist, aber, es gibt richtig, richtig, richtig geile Apps. Und zwar eine heißt Retro Games. Ja, klingt sehr basic, ist es auch, Leute. Ja, sie heißt einfach Retro Games, und du kannst dort jedes Spiel spielen. Es gibt sehr viele. Möchte ich darauf hinweisen. Aber ich würde euch empfehlen, Retro Games herunterzuladen. Sie ist wirklich richtig, richtig geil. Du kannst wirklich alles spielen. Ähm, meine Frage jetzt noch, Leute. Soll ich mir irgendeines. Egal welches. Ich zeige euch jetzt ein paar Produkte. Von denen kaufen. Die, 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 oder irgendwelche von denen. Ich habe richtig Bock irgendwie auf das da. Aber ich soll, ich habe gehört, Atari soll nicht so geil sein. Oder das hier. Jetzt ohne vom Preis abhängig, obwohl ich das auch zu geil finde. Schreibt sie in die Kommentare, und ich werde schauen, ob ich sie mir bestellen kann, damit ich sie für euch testen kann. Und ihr werdet vielleicht länger warten müssen. Aber wenn ihr darauf Bock habt, lasst mal ein Like und ein Abo da, Leute. Ähm, ja, es ist schon noch ein kurzes Video, aber es tut mir halt leid, Leute. Mehr geht nicht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und alles und es geht euch gut. Ich sage, wir sehen uns. Bis morgen, Freunde. Ciao.